die maps sind jetzt hier ziemlich ähnlich aufgebaut also vom design her sie sind recht groß aber jetzt aber jetzt nicht so sage ich mal hat schwere die halt einfach bestimmte immunitäten schon an einer große axel 12 bis 30 schaden genau gut ab bringt mir alles nichts weil ich keine magier im nahkampf bin ich auch nicht besonders gut zu gebrauchen das ist das versteinern gut das da gibt halt gut geld Von dem kann ich mir Elixiere wieder kaufen, ey. Ansonsten gibt es hier noch einen Haltdrang, den nehme ich mit. Post No Filly. Und was gibt es jetzt, was geht, was geht es hier sonst noch? Ah, die drängen. Yo, schönes Gemetzel hier. Fett. Ich stehe. Oh, da geht's noch da. Ersetz doch mal deine Treuermanngestalt, Mann. Ich bin jetzt im Nachkampf, ey. Ich bin schon im Nachkampf, ey. Darf ich gleich hier mein Townportal setzen, ey? Setz mal gleich mal unser Townportal, ey. Ich hab da jetzt keinen Bock durchzustiefeln, ey. Forsche ich halt hier noch ein bisschen. Zack. Hier noch mal ein paar Feuerballe rein, ey. Jetzt kommen die. Das sind nämlich die anderen Schlangen, die Immun gegen... die Resistenz gegen Feuer sind. Jetzt immer auf die Bezeichnung gucken, oder auf die Farbe. Mit welchem Spruch ihr dann doch kommt. So, jetzt müsste die Feuerwand eigentlich weg sein. Kann ich endlich hier weitermachen, ey. Ich kann nichts mehr tragen, ey. Ich kann nichts mehr tragen, ey. Du hast Platz, ey. Ich hab tonnenweise Platz, ey. Jetzt hab ich meinen Golem auf Level 2 gebracht. Darf ich hier gleich mal abgehen. Darf ich hier gleich mal abgehen, ey. Golem, Golem! Haha. Haha. Das finde ich so geil, der finde ich so geil, der Golem. Das gehe ich von ihm. Huah, huah, huah. Voll episch laut. So, und was machen wir hier schnell? Ein paar Garten. Mit Feuer. Ach, ich kann mich werfen. Kleine Angst war ich nicht. Oh, zwei Mana-Potzen nur noch. Wird ja nicht viel. Ich kann nicht gerade spielen, was ich schaffe. Hey, Golem, komm, schau mal wieder. Komm, ich hefte Golem. Ich hefte den Nacken. Schade, er hat mich entdeckt, das Viech. Hey, Golem. Da drüben ist es Viech. Golem, da oben ist es Viech. So, und jetzt muss ich den Town-Portal setzen. Ich habe keine Taube zu sehen. Duff, Golem verpist sich, ey. So, gehen wir Pots einkaufen wieder. Ach so, erst mal zu links, zum Händler wieder. Erst mal zu Kane. Zu Deckard Kane, der alten, dem Olden Beweisen. Schade. Hallo, mein Freund. Bleib kurz und hör. Schade. 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 ... mal ein zweites Zettachmobil So, Adria, ich komme wieder. Was sagst du jetzt? Scroll of no. Hast du nur einen Scroll of no. Shit. Das ist ein billiger Scroll, aber ein Elixir of Magic hat sie. Das kaufen wir auf jeden Fall. Und ein Mann hat. Ich habe einen Mann. So, das müsste wieder eine Zeit lang reichen. Boah, eine Zeit lang. Ich habe den Start verkauft. Jetzt ich Platz habe, ey. Mein Inventar, ey. Ich muss wieder die Tränke anordnen, dass sie... Eigentlich spielt es ja keine Rolle, wie die Scheiße macht es da in der Gegend. Oh, wenn ich Platz, ey. Wenn ich Loote. Wenn ich Platz für Loote. Nur wieder Potz mitgenommen, ey. Potz! Ich brauche Potz! Ihr seht ja selber schon die Abstände, wo... Wie oft ich jetzt hier... Die letzten paar Levels schon in die Stadtmoschee... Das ist... Katastrophe. Früher habe ich... Man... Meistens immer ein oder fast sogar zwei. Ich kann ohne in die Stadt zu gehen, ey. Und jetzt am laufenden Band in die Stadt, ey. Ihr verbraucht hier die Mana eine... Dann kann man das bloß eigentlich. Weil die Viecher dementsprechend wirklich schon echt High End sind auch. Wieder enthaupteter Körper, drei Kisten. Meine Schild habe ich gut. Also... Boah! Das war Nova gerade. Hab gerade wieder... Und... Zuck! Die Reichweite von Nova ist echt übelst. Den Zauberspruch, ey. Der ist echt geil. Du kannst noch einen Golem schnappen. Schnappen. Schnappen! Schnappen! Dann haben wir zwei Pots nine mal. Ich hole noch einen Guardian Roll! Kann ich dir mal ein wenig einheizen, nicht sicher. Und wenn ihr die nicht schaffen, mache ich das! Oh, Geld ist schon. Mit einem Name dabei. Ja, brennst auch schön in meiner Feuerwand. Du brennst auch schön in meiner Feuerwand. Haha. Ja, ja, meine Feuerwand ist immer noch gut, immer noch brauchbar. Die macht so viel Schaden. Ich muss immer wieder lachen, wenn die Mobster reinlaufen. Haha, hihihi, Nina, Nina. Ich lach euch aus, ihr Scheißmus. Ich lach euch aus, ihr seid noch nicht mehr. Ich lach euch. Oder der Boss, den billigen Flägel nur. Fällt nur noch, dass jetzt ein Lenk von den Spuckviechern auch noch kommt, ey. Da habt ihr es gerade gesehen, die Fire Drakes, also die Feuerschlangen, die roten, die sind immun gegen Magie und resistent gegen Feuer. Also mit Blitz kommt der da wunderbar durch, deswegen habe ich mehr. Ich schau mal in den Guardian rein. Ich hab ihn mal in den Gegend oder nicht. Ich hab ihn mal in den Gegend oder nicht. Ich hab ihn mal in den Guardian rein. Wir levelen hier jetzt echt tierisch, ey. Magie. Jetzt machen wir mal alles auf Magie, ey. Da ist noch eine Schlange. Da ist noch eine Drennschlange. 17 Nummer, jetzt ist es dort. Dort. So, das war der untere Bereich, jetzt gehts in den oberen Bereich. Jetzt gehts hier mal ganz nah auf und dann gehts hier nach rechts rüber. Kommt jetzt sowieso gleich wieder Viecher, das weiß ich. Kommt jetzt wieder. Stärke Alexia. Nehm ich immer gern. Trinkt mir aber nichts, weil ich nicht mehr als 45 Stärke haben kann. Da bin ich schon am Maximum und da habe ich auch schon die Karte zu Ende hier. Und jetzt also nur noch weiter nach oben. Jetzt habe ich nur noch vollen Mana Pots, ey. Keine normalen Mana Pots mehr. Irgendwann schon wird alle verballert, ey. Da ist irgendwas im Mut in dem Feuer. Die Spucker wieder. Da kommt doch mal die Antroler endlich mal hin. Da ist auch endlich mal geschnallt, dass es hier nicht weiter geht. Gehen wir dem Golem hinterher. Scroll of Infravision. Scroll of Infravision. Mauen wir mal und dann sehen wir wo Gegner sind. Eigentlich müssten die doch brennen. Firedrack. Die ist natürlich im Mut. Fash gegen Feuer. Da ist noch eine Firedrack. Feuert Drache. Aber Drake heißt normalerweise nicht Schlange. Aber Drake heißt normalerweise... Ja. Dragon ist Drache, aber Drake ist normalerweise nicht Schlange. Quilltet Amor, ey. Alter, was kriege ich hier für scheiß Loot, ey. Also der Loot wird teilweise echt yay, ey. Muss ich schon mal sagen, ey. Das ist für den Golem egal. Kannst 100 Mana raushauen, ey. Kannst 100 Mana raushauen, ey. Kannst 100 Mana raushauen, ey. bookier GUY 2 den Golden haben wir jetzt nicht lange überlebt, ey. Heintens kaukel Andrew said real saveל 2 war okay index Well, wir waren bisher noch ziemlich schwach, wirda mu Pentαν! Neue Stärke ist durch Zerstörung. Nein, Stärke entsteht durch Zerstörung, also irgendwas, ich habe Stärke bekommen, aber irgendwas wurde mir abgezogen. So deute ich jetzt das mal. So gegen die Gold-Vipers ist der Firewall-Basser, wo man weiß dann nie, welche Schlangenarten kommen. Zack, ein Schuss, ein Feuerball, Schlange tot. Da unten ist nichts. Da was? Nö. Wird. Da ist mal mein Firewall richtig nice. Jetzt kommt zwei Fire, aber zwei Firedricks zum Schluss. Dann wieder gegen Feuer, weil das Glend halt. Typisch. Ah ja, damit muss man halt rechnen. So, haben wir das Level auch schon geklärt. Ich sehe nichts mehr. Steigen wir hinab in das wohl letzte Dungeon-Level Level 14! Dannnnn! Dannn! Dingام! Ngin wo Sono Und Dannn! K